Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge R.A.N.G.E. 2 Ähm, ja Wir werden jetzt Hauptquartier hochbringen Wer hätte das getan? Die Sache mit dem Predator klappt. Die Geschütze feuern nicht Vor dem Haupttor ist eine Plattform. Fahr einfach drauf und der Scrambler erledigt dann den Rest Alles klar Bereit machen zum Scan Bleib cool Mocker, still halt Der Scrambler verbirgt der R.A.N.G.E. 1 und trickst den Scanner aus Scan ergebnislos Wie versprochen hat funktioniert, der Scanvorgang wurde gestört Sicherheitsverfahren Delta initiiert Bitte DNA Bestätigung vorlegen DNA Probe Ich dachte das wäre alles durchgeplant Bitte DNA Bestätigung vorlegen Gefahrstufe Das war knapp Sie haben das Szenario Das war knapp Sie haben das Szenario Sie haben das Szenario nie durchgespielt quasi Nein Aber es hat funktioniert Jetzt deckt die Maschine, dass sie der gute General sind Wie amüsant Denn die Maschine im Eden hat sie für den Tod prä... Ok, ich bin drin Halte dich bedeckt Du schaffst das Ich weiß nicht Morker braucht Unterstützung Ruhig Blut Rallye Mach keinen Aufruhr Der Ranger schafft das schon Mehr Opfer sind überflüssig Opfer? Ach, Hilfe Ach, ich glaube das ist recht nütz Oh, das sieht aus wie so ein Pärmobil Wollte ich jetzt ausstellen? Wollte ich jetzt ausstellen? Du hast doch nicht ernsthaft gedacht Dass wir es nicht bemerken wenn ein zweiter General Cross meine Basis betrifft Klappe Bull Ah 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 ah, Ah aa Halt, ich will den Level rein das war jetzt etwas ja das war ein fail ist das ist es ist ein zweiter Der General Kross, meine Basis beträgt. Klappe Buhl! Ah! Wo ist denn es? Ich sehe, dass wir nicht zu stoppen sind. Ja, auch Beschütztreden. Also weil ich weiß, weil es etwas leicht fehlt. Ich kann jetzt den Sexpanzer irgendwie reparieren. Wir sind zurück! Warte! Aber ich muss ja... Oh, ich kann ja auch gar nicht aus dem Pazahol steigen. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe deine Stümpfereien überall in meinem Werk entdeckt. Und ich sehe... Was willst du denn überhaupt erreichen? Ja! Was ist das? Also, ich will das. Oh, ich bin ein Stein. Ich bin ein Stein. Ich bin ein Stein. Oh, ich bin ein Stein. Das war's für heute. Hahaha! Oh, das war's für heute. Duh! Ah, das war ich nicht. Ja. Tschüss, Tulem. Hehehehehe Weiss ich gar nichts Ich hab's mir schon gedacht Es ist nicht leicht, es ist nicht leicht Ich stecke fest Du bist so eine Scheiße Er ist mal richtig alt, kalt Oh, what? Die sind aber gut gegen Panzer Vielleicht sollte ich auch steigen Was ist das? Vorurklärung ist es erfolgreich, äh, vorne lesen, hört? Ah, war wahrscheinlich Fehler, was so ist. Ah, du lebst auch. Ah, du lebst, du lebst. Blöder, was auch immer du bist Ja, ich brauch's noch nicht Und abmarsch Du und deine irrenlosen Kontrollenzen, ihr scheint nicht zu verstehen, dass die menschliche Gegend geschlagen hat Oh, hopp, da wurde an den Münster quer Oh, wahrscheinlich noch ein anderes Wenn der Mensch vernichtet ist, wird die Obrigkeit die Welt wieder mit Wesen bevölkern, die den Namen Homo Sapiens aufhöpchend haben Oh, das ist immer hier, Zeezer Ja. Ja. I can't do that, but it's not. I can't do that. I can't do that. Oh, okay. This is not my defeat. It could be. It says I'm a damn one. I can't do that. I can't do that. I would like to personally go out. I'll kill you. I'll kill you. You're not going to kill me. I'll kill you. I'll kill you. And I'll kill you. I'll kill you. I'll kill you. I'll kill you. Have you got a knife. Let's beat you. I'm gonna kill you. Let's kill you. Just. There we go. Dass ich jenseits von Leben und Tod stand, konnte seine einfältige Tante Prowley nicht kapieren. Ihr Stolz und ihre Arroganz haben euch getötet. Ja, einen Moment bitte.